Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktien-Schau. Im heutigen Podcast geht es um IBM. Die stoppen ihre Werbung auf X, also ehemals Twitter. Alibaba wird die Cloud nicht ausgliedern. Bayer hat Anleihen auf dem Markt platziert. Applied Materials steht wegen eventueller Umgehumfang-Beschränkung unter Druck. RBC sieht Siemens aktuell sehr positiv. Und zu guter Letzt geht es um die Inflation im EU-Raum. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt an und zwar mit IBM. Denn IBM wird fürs Erste die Werbung bei Elon Musks Online-Plattform X, also ehemals Twitter, stoppen, nachdem es Anzeigen neben Nazi-Beiträgen gab. IBM duldet keine Hassrede und untersuche aktuell die absolut inakzeptable Situation. Das teilte ein Sprecher mit. Es ist so, dass zumindest laut Insidern, und die berufen sich wiederum auf Personen, die damit sehr vertraut sind, dass eine Million US-Dollar ausgegeben werden sollte im Schlussquartal für Werbung bei X. Und das wird jetzt wohl erstmal gestoppt. Denn wenige Stunden zuvor hatte die Organisation Media Matters gezeigt, dass unter anderem Apple, Oracle, aber auch eben IBM-Werbung neben Beiträgen mit positiven Äußerungen in Richtung Adolf Hitler, aber natürlich auch an der nationalsozialistischen Ding auftauchten. Und das ist natürlich sehr, sehr negativ und das möchte IBM natürlich in dem Fall nicht. Es ist im Übrigen auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert und deswegen hat sich das Unternehmen jetzt wohl dafür entschieden, dagegen zu handeln. Kommen wir mal zu unserer nächsten Aktie und zwar zu Alibaba, denn die sind ziemlich stark unter Druck gekommen. Das hat auch einen Grund. Das Cloud-Geschäft sollte ausgegliedert werden und das wurde nun abgesagt. Alibaba hat diesen Schritt begründet mit den neuen US-Exportkontrollen für Computerchips. Diese gelten halt eben auch für chinesische Tochtergesellschaften und das ist ein großes Problem, denn das könnte bei Alibaba den Cloud-Betrieb erheblich beeinträchtigen. Im Übrigen ist es nicht nur so, dass das dann neue Kunden betrifft, sondern das Ganze könnte auch eben schon bereits bestehende Verträge betreffen und genau deswegen ist es so, dass man dort erstmal einen Riegel davor gesetzt hat. Im abgelaufenen Quartal wuchs die Cloud-Sparte auch nur noch ganz, ganz wenige 2%. Das ist natürlich auch ein ziemlicher Schocker. Kommen wir mal zu Bayer, denn die haben ihre neuen Anleihen in Milliardenhöhe am Donnerstag platziert. Insgesamt für 5,75 Milliarden US-Dollar. Dabei handelt es sich übrigens an Anleihen, die ausschließlich an institutionelle Investoren gingen. Die Laufzeiten betragen drei und auch 30 Jahre. Es gab 5 Tranchen. Die Anleihencoupons reichen von 6,125%, also bei den dreijährigen Laufzeiten, bis 6,875% bei den 30-Jährigen. Bayer hat auch nochmal erklärt, die Erlöse seien für die allgemeinen Unternehmenszwecke bestimmt. Kommen wir mal zu Applied Materials, denn die sind tief im Minus. Das liegt daran, dass US-Behörden aktuell ermitteln, wegen China-Lieferung von Applied Materials. Man geht hier davon aus, dass es zumindest eventuell einige Umgehungen der Exportbeschränkungen gegenüber China gegeben hat. Und das duldet man natürlich nicht. Es geht hierbei darum, dass der Chip-Zulieferer möglicherweise zumindest ohne Genehmigung Ausrüstung im Wert von mehreren 100 Millionen US-Dollar an Chinas führenden Halbleiterhersteller SMIC geliefert hat. So zumindest einige Insider. Den Angaben zufolge sollen die Lieferungen dann nicht über Applied Materials selbst gelaufen sein, sondern über eine Tochter, und zwar ein Tochterunternehmen in Südkorea. Das heißt also, man hat das Ganze vielleicht versucht, unauffälliger zu machen, aber letztendlich ist es damit dann doch aufgefallen, wenn das Ganze dann natürlich nur so stimmt. Applied Materials hat sich auch erklärt, dabei mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Kommen wir mal zu RBC, denn die haben tatsächlich sich nochmal zu Siemens geäußert. Das Kursziel liegt bei 185 Euro, die Empfehlung bei Outperform. Der Geschäftsausblick ist sehr positiv gewesen, so der Analyst. Die Jahre 2024, aber auch die folgenden Jahre sollten ebenfalls sehr gut sein und auch sehr positiv bei Siemens laufen. Dementsprechend bleibt man aktuell auch bei dieser Outperform-Bewertung. Übrigens, Siemens selbst ist aktuell bei 147,80 Euro, zumindest ganz ungefähr. Also anders gesagt, man hat hier auch noch relativ viel Platz, bis dann eben das Kursziel erreicht wird. Kommen wir mal zu unserer letzten Nachricht, und zwar zur EU, und zwar die Inflation im EU-Raum. Denn die ist im Oktober nochmal weiter gesunken. Die jährliche Inflationsrate sank auf 2,9 Prozent. Übrigens im Vormonat waren es noch 4,3 Prozent, wie die Statistikbehörde mitgeteilt hat. Die Statistiker bestätigen übrigens damit das, was die Volkswerte schon erwartet hatten. Die sind nämlich davon ausgegangen, dass man halt eben eine Inflationsrate von 2,9 Prozent hat. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, strebt mittelfristig wieder ein Ziel von 2 Prozent an. Die Kernrate, also ohne die Preise von Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak, reduzierte sich auf 4,2 Prozent, vor Jahreszeitraum noch 4,5 Prozent. Auch hier wurden die Analysten tatsächlich mit ihren Erwartungen bestätigt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall freuen, und damit sage ich Dank fürs Zuschauen, aber natürlich auch zu hören, und bis zum nächsten Mal. Ciao.